Hallo Leute, mein Name ist Faisal Kawusi und ihr kennt mich als lustigen, humorvollen Menschen. Jedoch spreche ich heute über ein Thema, was alles andere als lustig ist. Nämlich nenne ich das Kind jetzt einfach aber beim Namen. Ich wollte mich letztes Jahr umbringen. Und ich habe lange damit gehadert, ob ich das preisgebe, ob ich das nicht vielleicht doch mit ins Grab nehme. Jedoch habe ich mich dazu entschlossen darüber zu sprechen, weil ich Menschen zeigen möchte, dass sie nicht alleine sind. Denn ich denke, es gibt viele Menschen da draußen, die damit zu kämpfen haben. Und ich möchte zeigen, was passiert, wenn man dran bleibt und anfängt an sich zu arbeiten und wie man vor allem an sich arbeiten kann. Es ist ein krasses Thema. Ich muss an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Für alle die, die das vielleicht nicht ertragen können, dann würde ich euch jetzt empfehlen, abzuschalten. Für die, die das in ihrem familiären Umkreis haben, die selbst darüber nachdenken oder was auch immer, schaltet jetzt am besten ab. Denn das wird jetzt krass. Es ist ein umfangreiches Thema. Es ist ein großes Thema. Es hat mit Mobbing in der Kindheit zu tun. Es hat natürlich auch mit dem Shitstorm zu tun. Mit den Shitstorms, die ich erlebt habe oder die ich erlebt habe. Aber was da genau abgelaufen ist, aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus, erzähle ich euch jetzt. Als ich klein war, wenn ich klein war, bis zu meinem acht oder neunten Lebensjahr, war ich so ein ganz, ganz süßes, liebes, unschuldiges Kind. Und das Einzige, was ich wollte, war spielen. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Ich wollte einfach nur spielen. Und wie so viele da draußen, war es dann bei mir so, dass halt dann die Schule den Ernst des Lebens gebracht hat. Weil dort habe ich meine Unschuld verloren. Denn ich wurde so, ich wurde halt gemobbt. Damals gab es diese Begrifflichkeit noch nicht. Damals hat man gesagt, ich werde gehänselt. Aber es ist kein Ausdruck dessen, wie ich da gelitten habe. Denn ich wurde halt verprügelt. Die haben mich oft so umzingelt, haben mich dann mal so von hinten getreten. Und ich konnte halt nicht weglaufen. Ich war so voll gefangen. Und ich habe oft so Pausen, habe ich so im Gebüsch verbracht oder vor dem Lehrerzimmer oder halt. So irgendwo, wo die mich halt nicht hauen so. Und wisst ihr, warum ich geschlagen wurde? Weil ich gefragt habe, ob ich mit Fußball spielen darf. Dann haben die mir auf die Schnauze gehochen. Und ich habe das so drei Jahre lang durchlebt. Jeden Tag. Jeden Tag war das mein Alltag. Ich habe jeden Tag mit Angst begonnen, weil ich in die Schule musste. Und ich hatte Angst, in die Schule zu gehen, weil ich habe gesagt, die hauen nicht so. Aber ich habe gar nichts gemacht. Aber es war halt, ich sage es euch offen, es war halt aus offentlich rassistischen Gründen. Also ich will jetzt jetzt kein großes Thema draus machen. Ich finde mich falsch. Aber es waren also zwei Jungs, die halt so fertig gemacht wurden. Das war einmal mein pakistanischer Freund und ich. Ich will jetzt hier nicht die Nazi-Keule rausholen, weil es waren am Ende die Kinder, die halt einfach uns gesehen haben und die dachten, die sind anders, die machen wir fertig. Die waren halt auch mächtiger. Also um Gottes Willen, das ist gar nicht mein Stil. Ich bin keine von diesen Rassismen rum. Holmsusen, die online mittlerweile sehr aktiv sind, das ist nicht mein Stil. Aber es war halt der Grund. Und viel schlimmer als halt der Grund war halt dann einfach die Situation. Weil drei Jahre lang jeden Tag mit Angst zu Beginn war die Hölle. Und man muss auch dazu sagen, es war aber auch noch mal eine andere Zeit. So dort endete das Mobbing, wenn du nach Hause gingst. So das war nicht wie heute, weil es ja noch mal krasser geworden ist, wo es ja noch mal online und so weiter geht, wo du kaum noch darüber weglaufen kannst. Aber das ist aber etwas, worüber hier wir auch noch mal sprechen werden. Und dann gab es so einen Tag, weiß ich noch, da kam ich so nach Hause. Und es gab halt eine Person, vor der hatte ich mehr Angst als vor diesen 15 Jungs in der Schule. Und das war meine Schwester. Meine Großschwester ist ab der Jahre älter als ich. Sie war damals glaube ich 16, 17 oder so. Und die war, also die war tough. Also meine Schwester ist eine richtige Powerfrau. Eine richtig toughe, starke Frau. Und ich weiß noch, wie ich damals nach Hause kam und am Weinen war. Und da hat meine Schwester gesagt, so haben dich wieder verprügelt. Und da habe ich gesagt, ja. Und da hat sie gesagt, will ich niemals vergessen. Die ist, wenn du auch einmal nach Hause kommst und sagst, die haben dir auf die Schnauze gehauen, dann haue ich dir auf die Schnauze. Und ich dachte mir so, fuck, scheiße, wie komme ich denn aus der Scheiße jetzt raus? Weißt du, es wird ja immer schlimmer. Ich war so verzweifelt. Ich weiß noch, wie ich damals die ganze Nacht nicht geschlafen habe, weil ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Was soll ich tun? Wir reden hier von einem 8-jährigen Pfizer. Ach, voll so scheiße. Was mache ich dann? So erste Stunde, zweite Stunde, dann große Pause. Und ich kriege richtig Panik, weil ich dachte, okay, jetzt in den Pausen kommen die Angriffe. Und ich weiß noch, wie ich da stand und überlegt habe, so, okay, gehe ich ins Gebüsch oder gehe ich zum Lehrer zum Beispiel? Ich weiß noch genau, wie ich da stand. Da war auch so ein Würfel, so ein bunter Würfel, der neben mir stand. Ich weiß noch ganz genau. Und da war ich noch, wie damals ein Mitschüler von hinten kam und mich beleidigt hat. Und dann habe ich mich umgedreht und habe dem einen gegeben, dass es knallt. Wirklich dann. Bam, habe dem einen gegeben. Und dann kam ganz genau. Dann habe ich dem, bam, bam, dem in die Schelle, dem in die Fresse geschlagen. Also ich bin explodiert. Ich habe jeden in die Fresse gehauen, der mir zu nah kam. Wirklich. Und es waren wirklich, ich habe sechs oder sieben Jungs rumgehauen. Die anderen sind weggerannt. Und ich weiß noch damals, das war auch krass, wie ein Mitschüler, einer, der mich am meisten gemobbt hat, so auf dem Boden lag. Der lag so auf dem Boden. Ich hatte meine Knie auf seinen Armen. Das heißt, er konnte sich nicht bewegen. Und ich habe ihn gewürgt. Und in dem Moment war ich felsenfest entschlossen, den umzubringen. Wirklich. Ich töte den jetzt, weil ich muss ein Zeichen setzen, damit die, damit die aufhören, damit die nie wieder mir wehtun, damit die nie wieder diese Scheiße mit mir machen. Ich muss einen töten. Und dann weiß ich noch, wie so ein Lehrer kam. Kennt ihr diese Lehrer, die so ganz entspannt über die Schulung laufen mit so Apfel? Kennt ihr diese Apfel-Lehrer? So der kam. Und der war so, der hat das nicht ernst genommen. Der kam so. Herr auf damit und pack mich so am Arm. Und ich, bam, haut ihn mit dem Ellenbogen in die Eier. Und da war ich noch der so, ah, und fällt so hin. Da kam ein anderer Lehrer, dem habe ich auch eine gegeben, dem habe ich die Nase gebrochen, der hat dann geblutet. Also da haben wirklich so drei Lehrer gebraucht, dass die mich von ihm runtergekriegt haben. Und ich bin sehr froh, dass sie das zeitnah gemacht haben. Ansonsten hätte ich den Kollegen umgebracht, der später einer meiner Freunde war. Also viele von denen, die mich gemobbt haben, waren später meine Freunde. Aber halt, auch weil ich in dem Moment halt meine Stärke gezeigt habe. Und an dem Tag, würde ich sagen, ist so eine Art Monster in mir geboren, ist der Gedanke geboren, Angriff ist die beste Verteidigung. So, jetzt ist der Ort so, wenn Menschen dir wehtun, dann tu ihnen weh, dann hören sie auf damit. Wie gesagt, dieses Monster ungefähr ist in mir geboren worden, was im Laufe der Jahre halt immer größer und immer stärker wurde. Denn dieses Monster ist ja eigentlich da, um mich zu verteidigen. Aber es war halt dann omnipräsent. Und ich weiß noch damals, dann wurde ich so ins Lehrerzimmer bestellt und hab dann voll Ärger bekommen und so. Meine Klassenlehrerin war leider nicht da an dem Tag, weil die hat gewusst, wie ich da gemobbt werde. Die war aber leider nicht da. Und da war ich noch so beim Schulleiter und da hat ein Volk zusammengefallen und die müsst ihr euch vorstellen, ich bin ein achtjähriges kleines Kind. Ich bekomme mir seit drei Jahren auf die Fresse und jetzt haue ich einmal zurück und dann bin ich der, der hier sitzt. Aber bist acht Jahre alt, bist komplett eingeschichtet, sitzt dort und ist ja dieser alte Mann, Alter, der dich voll am Anschreien ist und du kommst gar nicht klar. Ich bin so, ey, was, 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 was mache ich denn jetzt so, was, was ist hier los? Und dann kam meine Schwester. Get a girl. Ich kam vorbei. Meine Schwester ist die Beste. Meine Schwester kam dann und da war ich noch, die Schulleiter, ihr so, weil meine Eltern waren nicht da, die haben mir bei mir zu Hause angerufen. Meine Eltern waren bei der Arbeiten. Meine Schwester kam gerade so von der Schule und die beiden gerade so, ja, Gesamtschule und kam dann dorthin. Und ich weiß noch genau so, ich habe ihre Buffalo-Schuhe noch voll in Erinnerung. Das war damals so schon der Trend, dass man Buffalo getragen hat und da war so ein bisschen Dreck dran. Das habe ich noch wirklich so vor Augen, weil es wäre es gestern gewesen. Weil sie so rein, die Stampf kam, weißt du, die kam so, die kam so, meine Schwester, beste Frau. Und da weiß ich auch, wie der Schulleiter damals versucht hat, sie da zusammen zu verhalten, von wegen so, wissen Sie eigentlich, was der? Und dann meine Schwester hat den gar nicht rausgehend. Wissen Sie eigentlich, was Sie für eine Scheiße hier gebaut haben? Der seit drei Jahren wird hier gemobbt, der wird hier verprügelt, der wird geschlagen, weiß Gott, was mit dem gemacht. Und sie machen gar nichts. Und jetzt, nachdem er sich wehrt, wollen sie ihn bestrafen, ganz ehrlich. Eigentlich sollte ich ihn auf die Fresse hauen, dass sie zugelassen haben, was das überhaupt passiert. Ey, die hat den zusammengefaltet, dass das knallt. Der Typ war so, äh, 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 wusste gar nicht, was er sagen soll. Und damals war die 17-jährige Schwester, hat den fertig gemacht. Ich glaube, der hatte auch ein bisschen Angst, weil meine Schwester war auch stark. Also ich bin mir auch sicher, die hätte ihn weckt, der auch, wenn es hart auf hart kam. Kam aber Gott sei Dank nicht so weit. Und dann hat meine Schwester mich nach Hause genommen. Und das war so der Tag, an dem das Mobbing aufgehört hat. Es hat komplett aufgehört. Dachte ich jedenfalls. Angefangen hat ja meine, ich nenne es mal, emotionale Krise im Dezember 2021. Eigentlich sogar schon im Juli. Weil dort ist etwas passiert, ähm, ja. Was mich sehr belastet hat. Was sehr schlimm für mich war. Und das ging über ein halbes Jahr lang, bis halt dann Dezember 2021 die Bombe explodiert ist. Und das hat halt mit jemandem zu tun. Mit einem Freund, den ich nicht an den Pranger stellen möchte. Oder irgendwie ihn blöd darstellen möchte. Deswegen werde ich weder Namen nennen noch, werde ich jetzt groß erzählen, was da passiert ist. Aber so viel kann ich sagen, dass es halt wirklich so um Leben und Tod ging. Und es war eine Zeit, wo ich so Hilfe gebraucht habe. Weißt du, ich wollte einfach nur reden. Ich wollte einfach nur jemanden haben, dem ich vertraue, mit dem ich halt offen reden kann. Ihr könnt euch vorstellen, jemand wie ich muss halt immer aufpassen, vor wem er sich öffnet. Vor allem in einer Zeit, wo man selbst schwach ist. Was damals der Fall war so. Und es kam zu einem Streit. Es kam zu einem Streit, der dann so schlimm eskaliert ist, dass ich komplett durchgedreht bin. Also ich habe den Verstand, also ich habe buchstäblich den Verstand verloren. Ich war fünf Stunden lang gefangen im Wahnsinn. Ich war komplett manig. Also ich war, guck mal, stell mich mal vor, versuch doch mal diese ganze Energie, die ich habe. Diese Energie, wie ihr mich kennt, dieses Lebendige, dieses Laute, dieses manchmal vielleicht auch von den einen oder anderen Nervige, geht dann in Hass, in Wut über. Und ich war fünf Tage lang in dieser Wut gefangen. In diesen fünf Tagen habe ich allen meinen Menschen, die ich lieb habe, habe ich gesagt, haltet euch fern von mir. Ich bin gerade das größte Arschloch, was es gibt. Bitte tut euch und mir den Gefallen, weil ich möchte euch nicht verlieren. Ich möchte euch nicht wehtun. Haltet euch bitte einfach fern von mir. Und die, die mich wirklich lieben, haben diese Warnung von mir einfach knallhart ignoriert. Weil sie irgendwie was Schönes hat. Das war im Dezember, wodurch ich dann gemerkt habe, so okay, da gibt es viel Wut und Hass in mir, dem ich mich widmen muss. Das muss ich jetzt anfangen zu bearbeiten. Und lieber gestern als heute. Und dann musste ich halt, ja, Schattenarbeit leisten, sage ich mal. Ich musste halt dann mich mit meinen dunklen Seiten auseinandersetzen, die halt da draußen keiner sehen will. Also, keiner will einen wütenden Komiker sehen. Keiner will einen traurigen Komiker sehen. Keiner will einen frustrierten Komiker sehen. Und deswegen wusste ich so, okay, ich bin jetzt alleine mit der Scheiße. Ich muss das alleine irgendwie bearbeiten. Ganz viel Wut in mir kam zum Vorschein. Sehr viel Hass in mir kam zum Vorschein. Wie so eine Art Wunde, die geplatzt ist, wisst ihr? Und das war eine Zeit, wo ich versucht habe, mich damit auseinanderzusetzen. Wo ich versucht habe, irgendwie auf die Sache klar zu kommen. Und wie man dann gesehen hat, ist mir das nicht wirklich gelungen. Jedenfalls nicht in der ersten Zeit. Denn bevor der Shitstorm passierte, war es schon bei mir so, dass es mir nicht gut ging. Ganz offen gesagt. Jedenfalls kam es dann zu den Ereignissen des Shitstorms. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das war so diese Causa Joyce, Luke, Sylvie. Und halt auch sehr viele andere Menschen, die da das Ganze involviert waren. Das war ja ein Pulverfass. Das war ja ein Westennest. Ich würde euch aber gerne erzählen, was infolgedessen passierte. Weil was infolgedessen passiert ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich von mir distanziert haben. Vor allem im beruflichen Umfeld. Privat so gut wie kaum, ehrlicherweise. Da möchte ich sagen, dass ich da wirklich gute Freunde und eine tolle Familie habe, die hinter mir stehen und die mich halt auch kennen. Die wissen, wer ich bin und wie ich bin und was ich wie meine. Aber beruflich war es, ja, war es eine Katastrophe. Also Tourtermine wurden abgesagt, Engagements wurden gekündigt, Zusammenarbeiten wurden gecancelt. Ich wurde im Prinzip gecancelt. Sat.1 hat die Zusammenarbeit mit mir offiziell öffentlich beendet. Und damit halt auch ProSie mit eingeschlossen. Also generell das ganze Fernsehen hat sich komplett gegen mich gestellt. Medien haben sich komplett gegen mich gestellt. So von einem Tag auf den anderen wurde ich so ein sehr, sehr böser Mensch in der Wahrnehmung. Viele Menschen da draußen. Bis jetzt sonst war ich damit beschäftigt, halt Comedy zu schreiben, Comedy-Auftritte zu machen, zu Fernsehshows zu gehen, generell Aufzeichnungen für YouTube, für TikTok, für Instagram, für was auch immer. Und von einem Tag auf den anderen saß ich zu Hause rum. Und es war jetzt nicht so, als gehe es mir gut, sondern das war eine Zeit, in der ich mich gehasst habe. Das war eine Zeit, wo ich unfassbar viel Reuekunden habe, unfassbar viel Selbsthass einfach. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe mich selbst die ganze Zeit verurteilt. Ich habe mich in meinem Kopf selbst runtergebuttert. Ich habe mich selbst beleidigt. Ich habe mich einfach innerlich fertig gemacht. Und es war eine eklige Zeit. Es war eine ganz, ganz eklige Zeit, wo ich dachte, es kann nicht schlimmer werden. Aber das Leben hat dann doch immer ein paar Sachen im Petum, wodurch es noch schlimmer werden kann. Aber dazu gleich. Mir ging es räudig. Meine Familie hat sich große Sorgen um mich gemacht. Freunde haben sich große Sorgen um mich gemacht. Und ich lebte halt in Angst. Ich lebte in Wut. Das heißt, alles, was in Konsequenz aus mir rauskam, war die Quelle halt dieser beiden Kräfte. Angst, Wut, Hass. Was halt pures Gift ist, wenn ihr mich fragt. Jedoch gelang es mir zu der Zeit nicht, aus der Sache rauszukommen. Aber ich habe versucht, mein Bestes zu tun. Und habe halt... Guck mal, ey. Ich sage es euch, wie es ist. Ich lag den ganzen Tag rum wie ein Stück Scheiße. Ich lag zu Hause rum. Ich war ungepflegt. Ich habe mir kaum die Zähne geputzt. Ich hatte einen Vollbart. Ich sah scheiße aus. Ich habe mich scheiße gefühlt. Und infolgedessen bin ich dann noch mehr verurteilt. Also es war wirklich so ein Töpfelskreis, aus dem ich fast nicht rausgekommen bin. Aber es gab halt einige Sachen, die ich trotzdem noch durchgezogen habe. Und das, würde ich sagen, hat mir zu der Zeit schon ein bisschen das Leben gerettet. Und das war zum einen der Kampfsport. Und zum anderen kam ich so in die Welt der Achtsamkeit rein. Die Welt der Meditation, in die Welt des Yogas. Halt so eine Welt der Ruhe, sage ich mal. Weil ich so viel Stress hatte. Da war so viel in meinem Kopf los. Da habe ich manchmal einfach gedacht, ich habe keinen Bock mehr zu denken. Ich will aufhören zu denken. Ich kann das nicht mehr. Hör auf. Und das habe ich halt trotzdem gemacht. Also ich war dreimal die Woche beim Training. Ich habe mich versucht, gesund zu ernähren. Was mir offensichtlich auch gelungen ist. Und ich habe versucht zu meditieren mit sehr mäßigem Erfolg. Weil das ist schwierig. Vor allem, wenn der Kopf, so wie bei mir, durch mein ADHS noch so unter Strom ist die ganze Zeit. Also jeder, der ADHS hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist halt, sagen wir mal, eine kleine neuronale Systemstörung, wie ich sie nenne. Und das war die Hölle. Das war schrecklich. Und zu der Zeit war für mich auch alles dunkel. Also ich habe nichts Schönes gesehen. Ich habe nichts Positives gesehen. Ich habe nur Dunkelheit gesehen. Ich habe auch, die Zukunft war für mich voller Dunkelheit. Ich war einfach nur voller Angst. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste nicht, was das Beste ist, was ich jetzt tun sollte. Weil, sagen wir mal ehrlich, zu der Zeit wollte ja auch keiner was Lustiges von mir sehen. Also ich war auch nicht in der Lage jetzt groß kreativ oder lustig zu sein, weil ich so im Stress war. Jedenfalls muss ich aber sagen, dass das Training, vor allem der Kampfsport, mir halt sehr geholfen hat. Dass ich einfach irgendwas mache. Dass ich mich halt bewege, dass ich Sport mache. Und dadurch, dass es halt mir hier und da mal, vor allem so nach dem Training, auch mal gut ging. Aber sonst war es halt sehr schwierig. Und noch, und ich glaube, das war noch so recht kurz nach Shitstorm, als die Anfrage für Kurt Krömer reinkam. Für Schick Krömer. Und ich habe sofort zugesagt. Und das ist auch etwas, wo viele mich kritisiert haben. Auch Freunde und so, die gemeint haben, warum gehst du da überhaupt hin? Also ich habe auch Freunde, die Manager sind. Ich habe Freunde, die Künstler betreuen. Ich habe Freunde, die Selbstkünstler sind. Die meinten, so dumm, dass du da überhaupt hingegangen bist. Also was hast du dabei gedacht? Und heute kann ich euch sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe das vorher schon gesehen gehabt, die Sendung von Krömer. Und ich fand das super. Also ich fand das lustig. Ich habe damals die Sendung mit Sophia Tomala gesehen und habe mich kaputt gelacht. Und habe damals mein Management gesagt, nicht so, ey, bringt mich in die Sendung. Ich will da hingehen. Der soll mich auch fertig machen. Weil ich fand es einfach witzig, so wie er das so aufbereitet, dass er so spitzzüngig, so scharf ist, Haltung dabei hat, aber halt auch immer mit so einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Und das ist auch das, womit ich gerechnet habe. Und ich möchte auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Worauf ich aber eingehen möchte, ist halt das, was danach kam auf meinem Twitch-Stream. Weil das ist halt etwas, wo ich mich selbst sehe und denke so, boah, Alter, was war denn mit dir los? Was ging denn da ab? Und diese Frage habe ich für mich selbst beantwortet. Weil ich weiß, ich war halt einfach wütend. Ich war sauer auf Krömer, weil ich mir dachte so, wie, was soll das? Und als ich es dann auch mal gesehen habe, hat das so wirklich so mich sehr, 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 sehr wütend gemacht. Und diese Wut kam dann in den Twitch-Stream zum Ausdruck. Also das war auch etwas, worauf ich alles andere als stolz bin. Jedoch hat es mich halt komplett bei den Beinen gerissen, oder komplett von den Beinen gerissen, weil halt so ein Teil von meinem Mobbing hier voll darauf angesprungen ist. Das heißt, von einem Moment auf den anderen war ich nicht mehr dieser lustige, schnelle, schlagfertige Faisal, sondern ich war dieses kleine, verunsicherte, verängstigte, panische Kind, was in der Schule jeden Tag verprügelt wird. So, plötzlich war ich der. Und Leute sehen aber das, weißt du? Leute sehen diesen 91 großen, damals 150 Kilo Afghanen und sind dadurch einzig. Ich stand dabei, war die Quelle, war ein kleines, verunsichertes Kind. Und daraufhin gab es dann nochmal einen Shitstorm im Prinzip. Gefühlt war das der dritte oder vierte in dem Jahr. Und das war dann auch so der Übelste. Das war dann auch so, dann kam dann nochmal sehr, sehr, sehr viel Hass mir entgegen. Und ich möchte ehrlich sagen, ich will mich da nicht als Opfer sehen, weil ich finde, das habe ich so verdient. Also alles, was zu der Zeit kam, habe ich verdient. Alles, was im Leben passiert, habe ich verdient. Aber da möchte ich sagen, das war schon zu Recht. Ich habe mich auch danach gar nicht getraut, mir irgendwelche Reaction-Videos anzuschauen, ob jetzt von Rezo oder von vielen anderen Leuten, die Reactions dazu gemacht haben. Und ich hatte einfach Angst, weil ich mir dachte so, okay, vermutlich haben die wahrscheinlich einfach mit 90% von dem, was sie sagen, Recht. Weil ich mich da halt einfach sehr, sehr unschön benommen habe. Und deswegen habe ich mich da gar nicht getraut. Und das war dann etwas, das hat mir dann nochmal komplett von den Beinen gerissen. Weißt du, es war irgendwie so ein Gefühl, der ganz, der Fortschritt, den ich da in den letzten halben Jahren versucht habe zu erlangen, ist dann nochmal einmal wieder komplett zusammengebrochen. Und dann bin ich so tief gefallen, das war wie so ein freier Fall. Weißt du, es war keine Aussicht auf, alles wird gut, sondern ganz im Gegenteil. Alles wird immer noch schlimmer. Und dann dachte ich mir so, ey, verdammte Scheiße, egal was ich mache, egal wie ich es mache, mache ich es anscheinend falsch. Also anscheinend bin ich ja so ein böser Mensch, anscheinend bin ich so ein schlechter Mensch, anscheinend tue ich so vielen Menschen weh, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich einfach nicht mehr wäre. Und dieser Gedanke ist dann so immer tiefer in mich eingedrungen. Es war so ein Gedanke, der sich dann erst mal von Tag zu Tag und dann von Stunde zu Stunde, von Sekunde zu Sekunde irgendwie immer intensiver wurde, bis zu dem Punkt, der ich gesagt habe und mir gedacht habe, vielleicht ist einfach die Dunkelheit der Ort, wo ich hingehöre und der Ort, dem ich mich hingeben sollte. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, weil ich wusste, egal mit wem ich darüber spreche, der würde einfach nur mir Gründe aufzählen, es nicht zu tun, aber einfach nur, weil er Angst hat, mich zu verlieren. Und habe es dann einfach für mich klimmklamm heimlich gemacht. Ich habe für mich selbst einen Brief verfasst, den ich auf mein Bett gelegt habe und bin dann in einen Wald gegangen, wo ich eigentlich immer sonst zum Militieren hingegangen bin, aber es war für mich ein sehr friedlicher Ort und ich dachte, wenn ich schon gehe, dann will ich wenigstens friedlich gehen. Und dann saß ich da in diesem Wald, es war morgens und es war sehr kalt, das weiß ich noch, es war letzter am Dezember, es war sehr, sehr kalt, aber es hat nichts ausgemacht, weil in meinem Kopf war die ganze Zeit so, es ist gleich vorbei. Alles, was da ein Schmerz ist, alles, was da ein Wut ist, alles, was da ein Selbstverurteilung ist, ist gleich vorbei. Und dann saß ich da und dann habe ich einen Baum gesehen. Ehrlicherweise habe ich zwei Bäume gesehen. Ich habe einen Baum gesehen, der so komplett so aus dem Boden rausgerissen war und der auch nicht mehr gewachsen ist. Der war schon so halb von Erde bedeckt, der war tot. Da war nichts mehr. Da war kein Leben mehr. Und daneben habe ich einen Baum gesehen, der war so so halb abgerissen. Aber der war noch mit dem Boden verbunden und ist dann so ganz, auf ganz krasse Weise so trotzdem wieder irgendwie gewachsen. Also da kam wieder was raus. Und dann habe ich mich selbst gefragt, welch dieser beiden Bäume bin ich? Und dann kam ich schnell zu der Erkenntnis, dass ich nicht der komplett tote Baum bin, sondern der halb abgerissene Baum. Dass ich mich fühle, als wäre irgendwas weg oder als wäre ein Teil von mir weg, aber ich bin noch da. Und ich bin auch noch verwurzelt. auch wenn ich das Gefühl habe, dass alle Menschen mich hassen, stimmt das ja nicht. Also es gibt Menschen da draußen, die mich lieben. Ob jetzt aus meiner Community, von meinen Fans oder auch meiner Familie, meiner Freunde. Menschen, die mir nahe stehen. Menschen, die mir sehr nahe stehen und mich kennen und mich für das lieben, was ich bin. Und das war ein ganz, ganz krasser Moment, weil dann kam zum ersten Mal Licht. Weil dann habe ich gedacht, das ist nicht das Ende meiner Geschichte. Das hier ist nicht das Ende von Faisal Kabusi. Nein. Hier beginnt die Geschichte erst. Das werde ich mir nicht antun. Das werde ich meiner Familie nicht antun. das werde ich niemandem antun, der an mich glaubt. Und ab da habe ich wieder angefangen zu kämpfen. Ab da habe ich mir felsenfest vorgenommen, egal was jetzt kommt, ich werde kämpfen. Egal wie hart es jetzt wird, ich werde kämpfen. Und ich werde fundamental was an mir, an meinem Leben, an meinem Verhalten ändern. Und das beginnt jetzt. und das, liebe Freunde, war der schlimmste Moment meines Lebens. Aber ich denke, es war auch der Beginn des schönsten Teil meines Lebens. Wiederaufstieg. Denn das war mein Wiederaufstieg. Nicht jetzt irgendwie beruflich oder sowas, weil das nicht weiter entscheiße. aber auch meines persönlichen Wachstums. Weil dann habe ich nochmal alles intensiviert. Ich habe angefangen, noch härter Sport zu treiben. Ernährung war sowieso fix. Ich habe öfters meditiert, um das besser zu erlernen. Ich habe mehr gelesen, habe mir sehr viel Informationen angeeignet. Das waren jetzt so ganz kurz gesagt die Sachen, die mir geholfen haben, aus dieser Scheiße so rauszukommen. Weil ich war jetzt auch nicht in Therapie. Ich war vor dem Shitstorm in Therapie. Da hat meine Psychologin leider keinen besonders guten Job gemacht. Weil nach dem Shitstorm hätte ich eigentlich direkt eingewiesen werden müssen. Aber das ist meine Erscheinung, die ich hätte selbst treffen können. Das hat sich keiner angemaßt, diese Entscheidung für mich zu treffen. Aber ich war alleine Leute, ich musste mich selbst therapieren. Und glaub mir, ich saß auch da und bin scheiße Bro, was machen wir jetzt so. Wie kommt man aus so einer Scheiße raus? Mein Selbstbewusstsein war weg, mein Selbstwert war weg. Also alles das, was der Grund war, warum ich mich selbst so mochte, war weg. Ich habe selbst keinen Grund mehr gesehen, mich zu mögen. Aber ich habe fest dran geglaubt, dass das irgendwo noch da ist, dass das nicht weg sein kann, weil es ein Teil von mir ist, ich muss es einfach nur wieder für mich finden. Und wie schaffe ich das? Das war halt so die verdammte Scheißfrage. Und dann habe ich mich dieser Antwort gewidmet und mich voll und ganz herein begeben und angefangen nicht mehr außen nach den Lösungen zu suchen, die ich suche für meine Heilung, sondern ich habe angefangen die Reise nach innen zu wagen und die Richtung zu wechseln. Und theoretische Information hat ich sehr viel, ob jetzt über den Körper, über die Psychologie oder halt auch das Thema Spiritualität, aber das eine ist Wissen, das andere ist die Sachen zu integrieren. Das ist eine Mammutaufgabe. Es ist sehr schwierig, aber es ist definitiv möglich, man muss einfach nur wollen. Zu den Themen Kampfsport und Eisbad wird es noch Videos hier auf YouTube geben, warum zum Beispiel Kampfsport für jeden aggressiven Menschen das Beste ist, was er tun kann, warum oder wie Krieg es geschafft hat, mir Frieden zu bringen, das werdet ihr in dem Kampfsport Video sehen. Und das Ganze hat mich sehr viel Mut gekostet, es hat mir sehr viel Kraft gekostet, jetzt darüber zu sprechen, ich hatte große Angst davor, ich bin jetzt aber froh, es getan zu haben, und ich möchte aber auch da draußen euch noch mit eine Sache auf den Weg geben, denn ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, die mit Mental Health Issues zu kämpfen haben, die psychische Probleme haben, die in der Dunkelheit versunken sind, sag ich mal ganz plattativ, möchte euch nur mit auf den Gehweg geben, am dunkelsten ist die Nacht voller Dämmerung, manchmal muss es sehr viel schlimmer werden, bevor es wieder besser werden kann, und manchmal muss Gott dir alles wegnehmen, damit da Platz ist für sehr viel Neues Wunderschönes, deswegen gibt die Hoffnung nicht auf, sprecht darüber, fress das nicht in euch hinein, lasst euch helfen, denn das Leben ist lebenswert und was ihr töten wollt, ist nicht euch selbst, sondern etwas, was in euch ist und das kann man auch beseitigen, ohne das Leben loszulassen, deswegen das Leben ist es wert und ich möchte euch ganz viel Liebe raussenden und vor allem sende ich Liebe raus an Edith Stehfest, Sylvie Karlsson und Kurt Krömer Ich danke euch sehr fürs Zuhören Ich freue mich sehr auf die Erlebnisse in den nächsten Wochen und Monaten und Jahre auf die ich euch jetzt detailliert mitnehmen werde Ihr werdet mich nochmal anders kennenlernen Ich werde mehr Preis geben als das was die letzten zwölf Jahre in meiner Kommunikarriere gemacht habe Ihr werdet den Menschen Faisal Carbusi kennenlernen der auch lustig ist aber ich denke da gibt es ein paar Sachen die euch vielleicht auch überraschen werden Dank bis Zuhören